So, da sind wir wieder alle Leute und ja, wir haben heute Samstag und eigentlich soll ich um die Uhrzeit schon streamen, aber ich dachte mir kommen, nehmen wir nochmal eine Folge Aller Night auf und ja, was soll ich sagen, das hat sich nichts geändert zu der gestrigen Situation, immer noch dieselben Spieler, immer noch dieselben Cheater, ja, ich weiß auch nicht mehr, was ich dazu sagen soll, ich starte einfach mal eine Runde und mal gucken, ob wir da was eventuell finden, wir machen natürlich das, weil letztes Mal haben wir ja hier Edgehammer Gruppe Delta gemacht, und ja, was soll man sagen, ne, also, man kann einfach nichts zu Cheatern sagen, denn Cheater sind einfach nur lächerliche, lächerliche Gestalten, die einfach nicht verdient haben, irgendwelche Art von Online-Spielen zu spielen und ja, was soll man sagen, ne, so, verschluckt nach meiner eigenen Gemasse. So, wir machen das natürlich, egal wie das jetzt läuft und egal wie viel steht, ne, wir ziehen das jetzt durch, außer wenn da wieder Cheater sind, die sind Anti-Terror, Anti-Terror, Alter, der sieht aus, ob er gerade kacken würde. der gute alte meister papa oder meister proper glaube ich nicht okay wir defusion das heißt die runde gehört uns oder doch die bande ab genau das ist auf russisch schreiben keine verschiedene sprache weißt du so weit man auf deutsch irgendwas schreibt naja dann passiert was das ist schon das ist schon ein kack noch mod pet bnc ja ob er hat eben gerade als letztes eine automarke aufgezählt naja ist okay die man von oben lang ja heute wird auf jeden fall noch mal stream eventuell weil einerseits besprochen andererseits gibt es nicht so viele spiele nicht machen könnte also eigentlich habe ich ja gedacht an league of legends aber ich bin so scheiße in dem spiel einfach nur auch wenn ich das lernen möchte und lernen will hinter hinterkopf rein also ich habe was sie denn das leben noch zwei von uns und fünf und die haben wir gelegt verdammt ich habe es fast geschafft aber der typ dann von hinten er ist auch krank geschlecht und deswegen habe ich auch gar nicht mehr den gehörter naja gut egal aber wir haben noch gut geld verdient dann noch mal schon die m4 kaufen so überraschte gehen wir schnell dadurch nicht von der zeit bei uns treffen lassen eigentlich hätte ich oben bleiben sondern aber gut ich bleibe jetzt mal hier bei den teammates das denke ich mal geschafft lässt man mich hier überhaupt gar nicht drauf gekommen also mit letztem mal meine star wo ich es noch aufgenommen hatte den 4k aber ja doof aber gut 3k ist auch nicht schlecht und es muss nicht unbedingt 4k sein vielleicht manchmal irgendwann mal wunderbaren 10.000 euro ich an mir leisten kann dann ja ich mache mal mein maus bitte weil ich jedes mal meine maus neu ansetzen muss oder vielleicht sollte ich eventuell mehr platz für meine maus hier machen auch schmierbar ja super ach ja ich schaue ich nehme uns mal lange dran wir pirschen uns jetzt den gegner so dafür sind wir mit die bombe ja sehr schön so mit skin extra noch mal schön geholt die zwar nicht gerade so geil aus aber wenn man etwas schnell rüberspringen ah vielleicht jetzt jemand gerade ich dachte jetzt vielleicht habe ich jemanden gekillt das wäre jetzt voll witzig gewesen kann man denn mit eigentlich nur jemanden elektro schocken da liegt die bombe das heißt eigentlich müsste ich nur die bombe verteidigen dafür steige ich jetzt mal hier hoch jeder der kommt wird jetzt sterben die alle pushen das ist so krass die wollen so übelst die kids haben dass sie einfach vom victorien dann komm dann geh ich mal auch dahin ne weil ich will mir unbedingt die arbe holen wenn es da überhaupt eine liegt aber der müsste eigentlich die arbe haben deswegen geh ich mal schnell dahin ne ah guck mal da die arbe ach die ist es hier so dann gehen wir mal schnell darf putin alter oh mann alter manche leute sind echt behindert im kopf gehen wir mal noch schnell hin ouch ich hoffe ich habe überhaupt die aufnahmetaste gedrückt das ist wieder so eine runde die ich eigentlich zeigen müsste die rushen alle durch ne ok wir sind doch nur noch drei gegen alle gefühlt alle ah guck mal jemand ist uns dabei getreten das heißt wir sind nochmal klar am vorteil ja bimba hat die meisten abschüsse gemacht alp hasbulla hat eigentlich damit den letzten schuss im magazin getötet ok nice dann muss man wieder durch ne wow ich hab schon richtigen hunger egal nach der runde gibt es ja was zu essen mhm lecker freue ich mich schon drauf ich habe jetzt auch diese zwei folgen unbedingt aufgenommen als ersatz für das was jetzt passiert ist mit den beiden 4k folgen ähm ich hätte die auch eigentlich präsentieren können eigentlich waren die sogar geil gewesen aber es hat halt hart geruckelt und ich will keine folgen hochladen die jetzt hart ruckeln das habe ich in letzter zeit bei meinen videos gemerkt dass einige videos einfach nicht gut liefen auf 4k ähm liegt auch vielleicht an meine einstellungen aber ja sowas will ich halt auch nicht unbedingt antun bei einem video sollte ich schön flüssig laufen und auch gut aussehen gleichzeitig aber wenn es nur gut aussieht aber nicht wie sich läuft ne das ist doch auch nochmal was ganz anderes da ist auf jeden Fall jemand wie die den snipern wollen äh wie die wie die wie die 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 Was ist denn diese Granate geworfen? Wow, Alter. What a smoke, Junge. Die ist ja mal gar nicht so geflogen, wie ich das wollte. Nice. Ein extra Team ist tot. Den habe ich. Gucken wir uns mal den Mongern an. Was macht der denn? Oh Gott, das ist selbst geblendet. Wow, nice. Den habe ich noch getroffen. Hätte ich jetzt erwartet. Wollte ich noch mal an der AWP. Ich habe leider keine volle Granate mehr. Soll ich mal vielleicht eine kaufen. Nur um die Gegner zu streicheln. Ach, ich habe eine Brandgranate. Okay, nice. Let's go, bitches. Ich will meinen Team jetzt ein bisschen ärgern hier. Ja, komm, ärgere ich mal den. Ich habe meinen Teammate so krass geblendet, dass er da geschlafen ist. Leute, ich habe einen Granatenkill gemacht. Ich habe einen Granatenkill gemacht. Oh mein Gott, ey. Okay, das zu schaffen ist ordentlich gerade einfach, ey. Scheiße, ey. Okay, darum ist jemand auf jeden Fall verreckt, glaube ich. Ah, nein, ist jemand frei. Okay. Gehe ich mal da an, wo die Bombe liegt. Weil dann verteidige ich mich mal dort. Oh, da habe ich übrigens mal meinen Teammate bekommen, weil der da angerasht kam. Ja, das war geil. Boah, die Runde war ein bisschen zu kurz, oder? Aber gut, ne. Nicht jede Runde kann... Ach, guck mal. Ich habe einen Ace gemacht. Geil. Man kann nicht immer jetzt lange Runden bringen. Deswegen würde ich mal sagen, war es das auch mit der Folge von Counter-Strike Global von SIP. Schaut doch auf nichts von mir rein zu. Aller Neid. Haut rein. Ciao.